Hi, ich bin der Jan aus dem Music Store und das hier ist die Lightmax Nano Trust Light Mobile. Die Lightmax Nano Trust Light Mobile ist ein kleiner 3x4 Watt rot-grün-blau-weißer Trust Light oder auch Uplight mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku, der bis zu fünf Stunden hält bei einer Ladezeit bis zu sieben Stunden. Der Ladezustand wird mittels der LED auf der Rückseite angegeben. Mit drei grünen und der letzten roten kriege ich immer gute aktuelle Informationen, in welchem Betriebsstatus meine Lampe sich gerade befindet. Über einen Kalkgeräteausgang habe ich die Möglichkeit mehrere Lampen gleichzeitig zu betreiben bzw. gleichzeitig zu laden. Die Helligkeit der LEDs kann über den eingebauten Dimmer manuell reguliert werden. Betreiben kann man die Lampe im Automatik-Modus, im Sound-to-Light-Modus, Master Slave, mit 4, 6 oder 8 DMX-Kanälen oder mit einer mitgelieferten Funkfernbedienung. Die Lampe kommt ohne Lüfter her. Durch die Konfektionskühlung gibt sie ihre Abwärme übers Gehäuse ab und ist somit auch für Gala-Veranstaltungen oder auch Veranstaltungen, wo man einfach einen minimalen Geräuschpiegel braucht, bestimales einsatzbereit. Zur Positionierung befinden sich direkt am Boden drei Gummifüße. Ansonsten haben wir an jeder Kante ein M10-Gewinde zur Annahme eines Kapplers und das Ganze auch am Boden. Zum Lieferumfang des Lightmax Nanotrust Lighten Mobiles gehört ein Kalkgerätekabel zum Aufladen oder zum Direktbetreiben und eine Funkfernbedienung auf Infrarotbasis.